Ich bin Ramona Hinni und bin kaufmännische Praktikantin bei der Post. Bei uns am Stand haben wir hier einen Multitouch mit einem virtuellen Postschalter. Hier hat man sehr viele verschiedene Informationen. Zum Beispiel kann man schauen, wo wir überall noch Lehrstellen haben. Hier kann man beim Kanton schauen. In Luzern sind noch diese und diese Lehrstellen offen. Hier kann man sogar schauen, wo genau diese Lehrstelle hat. Sonst haben wir verschiedene Videos zu unseren Berufen, die man anschauen kann. Hier stellen jeweils die Lernenden ihren Beruf vor. Hier bekommt man einen sehr guten Einblick in diese verschiedenen Berufe und was man hier den ganzen Tag eigentlich zu tun hat.